Was hier ist, get rid of the first one. Tapa muss das Rinde hergestellt, aber die Rinde, die man da benutzt, ist nicht die außen Rinde, das ist die zweite Schicht. Man muss jetzt erstmal die erste Schicht der Rinde entfernen. Sie sind jetzt schon in einem ersten Schritt, dass das viel Arbeit ist. Je größer mein Tapa ist, desto größer mein Stück Holz, was ich mit mir sagen. Das ist ein bisschen. Man sieht schon, es ist ein bisschen. Die größer die Tapa, die größer die Wurz, die man benutzt. Die größer die Wurz, die man benutzt. Das ist ein bisschen. Mulberry. Mulberry. Das ist japone. Das istissant. Ja. Das ist라고. Wenn ihr hier vorne rechts mal guckt, versteht ihr, die deutliche Frau ist dabei, die hatte den Tapper zu machen. Das ist der Hammer, den ihr da anlasst. Das sehen wir gleich. Oh, ich weiß. Beide? Äh, Bauwerber benutzt man weißes Dachholz. Rotfurt, blau, weiß geht. Rotenholz zum Beispiel, rot. Rot ist für die höheren Stellen. Die Kleidung des Volkes ist so was ja bestellt. Die Kleidung der Adeligen wäre dann aus Rosenholz, für rot. Different colors give different colors. Die Kappe ist ein Stück. Die Kappe ist hier, das ist ein Stück. Hier ist ein Stück. Der Rezept ist auf der einen Seite flat. Der andere Seite hat es groves. Sie starten mit einem Kappe mit groves. Das wird die Fieber. Und der Kappe jetzt entsteht, weil da steht da mit diesem Holzstück drauf. Aus Eisenholz. Die eine Seite hat so Riefen und die andere Seite ist flach. Und wir gehen mit der riesigen Seite, um die Fasern zu zerbrechen, um die Fasern weich zu machen. Und wir gehen mit der Fasern, um die Fasern zu zerbrechen, um die Fasern zu zerbrechen. Und da sieht man schon, oh, das ist nemener Arbeit. Now, there's a special folding technique to continue to work the tapper. Und in the first step, the main interest is to break the fibers, to soften the fibers. Der erste Schritt ist vor allem die Fasern aufzuweichen, zu brechen. Es gibt eine bestimmte Falttechnik, die Sie jetzt hier nach und nach machen. Faltet das im Hinterkopf, die Fasern, das sieht man dann. Die faltet das in richtige Fasern und dann immer in der Gegenrichtung draufschlagen, damit die aufbrechen und weich werden. Der ergibt in dem Bein the direction of the fiber. And when you look how she's folding it, it's to break the fibers and to soften the bone. Die Blumenkomposition wird euch erstaunlich vorkommen. Jede Menge Wildnutzung der Pflanzen werden zusammen kombiniert. Das soll verführbarisch werden. Und im ersten Auge geben wir so viele aromatische Pflanzen, so viele verschiedene Düfte, das muss doch stinken. Und nun gibt es ja immer eine Drogerie, da fällt mir die Nase ab. Das funktioniert ganz wunderbar. Und das ist so intensiv, dass wenn ich das logisch raus in mein Zimmer lege, drei Tage lang duftet man sich. So now I need to see the creation of the Umu-Hai. That's a very special element of the flower crown on the Makisah. The Makisian flower crown is open in the back. The Makisian one goes all around, the Makisian one is open in the back. And to fill that gap, you just think, ooh, hey, it's a composition of different, very strong smelling flowers, very aromatical. And at first that might be too much. You can go in any drugstore of the Smellic Perfumes, you know it's nice, too much of the smells, and one smell bad. I hear astonishing, it creates a harmonious, very, very, very nice smell. Very strong, if you would take that flower composition later to your room for two days, for three days, and your whole room smells nice and good. She starts with putting pieces of pineapple on a string. And it's created to tie together all these flowers. I think it will help. Also she will roll them in powder of sample wood to prevent it from sticking in the air and also to add yet another perfume. But it's already a little bit, it's too much that it does work for... The first part of the sample is a few minutes of the floating part of the plant. The first part of the plant is that the side of the plant will connect, and the plant is used together to bring it up. So it turns out to pull it out like thepaper, you can cut it around... Skulls from sandalwoods. That kind of a bit may not feel as strong as it went from the ground. Das Zusammensetzen selber der Blut kann leicht variieren, je nach Saison, aber meistens ist es ähnlich. Hier sieht man auch sehr sorgsam, wie man in abwechselnd Richtung sieht und auch schön aussieht. Du bist von der Amandila-Familie, die Anna-Frau ist von der Amandila-Familie. Der Amandila-Familie ist von der Amandila-Familie. Der Amandila-Familie ist von der Amandila-Familie.